Wir in der CDU sind sehr daran interessiert, dass die ländlichen Räume nicht abgehängt werden, sondern dass wir die Attraktivität der ländlichen Räume erhalten. Wir brauchen starke Ballungsräume, aber auch starke ländliche Räume. Und was die Mobilität angeht, müssen wir einfach die Chancen, die die Mobilität der Zukunft, die Digitalisierung bietet, ausprobieren und nutzen. Wir haben beispielsweise in Baden-Württemberg das größte Testfeld national für autonomes Fahren. Und es ist ganz besonders wichtig, dass wir das autonome Fahren auf der Autobahn, auf der Landstraße und in der Stadt gleichzeitig testen und hier Erfahrungen sammeln. Dieses Projekt läuft. Das ist keine Zukunftsvision, sondern das Auto. Die Autos fahren bereits heute natürlich zu Testzwecken jeden Tag, sammeln Daten, sammeln Erfahrungen und sammeln Praxis. Und auf diese Art und Weise bin ich der Überzeugung, können wir die Chancen, die etwa die digitale Mobilität in der Zukunft bietet, sowohl für die ländlichen Räume als auch für unsere Ballungsräume nutzbar machen.